hallo und herzlich willkommen zurück zu borderlands aber unendlich oder ja ich habe nur drei schluss mit meiner schlagkräftig ich habe noch ein gutes mädchen da ist ein heim tückischer oh ja wollen wir im anschlag was war das für eine frage habe ich mir in dem moment gedacht da hätte ja sein können dass du zuerst zu sein tausend ich liebe blogging immer noch mal was gerade gesehen was er gemacht hat 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 ich habe einmal abgedrückt sind auf level ich finde wie schnell ich bin wenn ich jemanden gekillt habe ich hoffe du bist gut gewappnet ja bin gut gewappnet nachladen moment ausstehen lassen ja da das da 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 lebt noch jemand nein jetzt nicht mehr solltest du vielleicht noch mal proven ach ich hab meine transfusionsgranate Außerdem liegen hier ja so ein paar Medikits rum. Das stimmt. Are you ready? Ja, ja. And he has free boards. Du hast dir den Falken rausgesucht. Deine Nippelaufsätze bewegen sich, wenn er sich bewegt. Hab ich auch grad gesehen. Ich heile mich mal, ne? Alter, guck mal wie viele fliegen. Also wir haben immer noch die geilste Kombination an Fähigkeiten. Das ist großartig. Oh. Interesse an einem Schild? Ich hab ein besseres. Besser als mein Schausch war. Hier ist auch noch eins. Das ist schlechter als das, was ich jetzt habe. Verkaufen. Da kommst du mal anpacken. Das war auf jeden Fall ein gut Rattatatat, ey. Und dann noch Bloodwing. Während ich Granaten geworfen habe. Ich hab auch Granaten geworfen. Hast du gesehen, wie viele von mir geflogen sind? Ne, das nicht, weil ich war mit meinen Explosionen beschäftigt. Ich hatte irgendeinen... Warte, ich hab fünf Granaten geworfen. War nix tolles dabei. Fünf Transfusionsgranaten. Die AP ist nur so rumgeflogen. So gehört sich das ja auch, ne? Ja. Und dann habe ich sie noch weggefunden. Hier ist ein Jäger-Skill, äh, Klass-Mod. Level und für was? Äh, 31 plus 5% Pistolfeuerrate, plus 2% tödlicher Skill, plus 2% geladener Skill, plus 3% grausamer Skill. Was soll das Pistolero-Klassen machen? Ja, kannst du verkaufen. Hallo. Pistolero interessiert mich nicht, das kannst du immer mitnehmen. Hallo. Ich hab vergessen, dass es hier keinen Schalter gibt. Du musst dir nochmal runter schicken, bitte. Ach, leck nicht. Ich wollte gerade nochmal rauslaufen. Tobi, schob's mich nicht. Auf der Knallharte jetzt wieder da ist. Es gibt keine Knallharten. Es gibt nur heimtückische. Ja, für mich werden's immer badass bleiben. Umso geiler finde ich es, dass sie in Teil 2 einfach badass bleiben. Oh, die sind alle elektrisiert. Ja, und verlangsamt. Also elektrisiert war ich. Betäubt vielleicht auch, weil ich hab das nämlich auch gespielt. Verlangsamt macht mein Bloodwing aber auch. Oh shit. Ich sag ja, wir haben eine unfassbar geile Kombi. Was steht hier da einfach so rum? Zack. Zack. Bloodwing? Massiv fertig, Bloodwing. Kommt hier noch ein Heimtückischer? Hey! Ja, mach dein Maul auf. Ich seh die ganze Zeit noch Bloodwing rumfliegen. Und wenn ich auf einer Sniper auf Gegner schieße, verringert sich die Coole dann auch noch. Heiß. Bei genug Gegnern ist fast dauerhaft ein Bloodwing. Ja, ich bin da unterwegs. Ach ja, wir müssen erst mal zurück, ne? Ja. Aber. Die nehme ich noch mit. Na komm, dreht um. Ui. Oh, da ist einer verbrannt. Aber ich finde geil, wie schnell ich bin, wenn ich brenne. I'm the burning woman. Burning siren. Ich bleib hier oben. Ihr habt den besten Sniperpunkt ever entdeckt. Okay. Ich bleib hier oben. Okay. Flupp. Wie so eine Leine. Whiii. Hast du mir anders überlegt, du kommst mit. Was? Nein, nein, nein. Gleich muss aber auch schon gleich. Bonehead, komm gleich, 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 gleich. Deswegen versuche ich da gerade so ein bisschen durch zu rushen. Na, wir machen ja eh alle neben Cress und immer wieder nach dem Fall. Bummelow. Bummelow. Ja, das war meine Schuld. Michael ist nicht ganz unbeteiligt. Also nicht komplett. Ja. Ja. Der hat nämlich Lummelow gesagt und dann hat er jetzt Lümmelow gesagt. Er hat Lümmelow gesagt und dann habe ich Lümmelow gesagt. Nein, du hattest Lümmel. 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 Und dann habe ich es gesagt, Lümmelow. Nein, du hast mehr gefragt als gesagt. Kommt aufs Gleising aus. I'm bad as bist du also. oh Und Tobi war nie wieder gedehnt. Hey, bist du der Typ, der alles umlädt, wenn man das bitte sagt? Das Catch-A-Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Brody meiner Mutter. Oh, hier gibt's ne Leck. Latschen, Terry! Pistil! Ja. Big Tony sagt Hi! Wer ist Big Tony? Hi! Hi! Aber ich hab nicht genug Geld. Hey, hab auch nicht. Ich hab nur 193.000. Ich bin arm. Warte, vielleicht hab ich schlecht genug Geld. Oh, TK Bar Besuch hab ich noch nicht. Was haben wir noch? TK hat Bar. Wie viel Zeit haben wir dafür? 13 Minuten. Okay, Michael, go, 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 go. Bis dann kriegen wir nicht so viel Geld zusammen. Vielleicht schon? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schon. Versuchen wir das Beste, aber wenn's nicht klappt, klappt's nicht. Genau. Und da will ich ja eh unterwegs alles gehen. Jo. Ich find witzig, den hab ich noch nicht besucht, ne? Ja? Mhm. Aber Bown-Head? Ja. Hey, warum kommst du? Naja, Bown-Head ist ja auch... Das ist immer schön gesellschaftsähniges geht einfach nicht, wenn man nicht was sieht. Ist gar getötet? Alles klar, machen wir das. Lass uns erst Bown-Head machen, weil das ist hier. Bown-Head ist... Na gut. Da fehlt da nicht noch eine Quest? Nein. Stimmt, die Kling... Das ist doch die am Catch-a-Ride gewesen, oder? Die Klingblumen fehlen. Echt? Ja, dann machen wir... Warst du schon am schwarzen Brett? Am schwarzen Brett war ich schon, ja. Da hab ich die Mission, ja. Ja, komm, da müssen wir erst... Machen wir Bown-Head, ich bin schon fast da. Aber Bown-Head, da haben wir noch gar nicht die Mission. Nein, da haben wir noch gar nicht. Ich dachte, die hätte man am Catch-a-Ride bekommen. Wir müssen sie beim Catch-a-Ride abgeben. Ja, aber das haben wir keine mehr. Hab alles angenommen, was man annehmen konnte. Ach, die Pistole können wir irgendwann auf anderem Wege. So geil war die jetzt auch nicht. Bei mir ist man nicht Bown-Head und zulässig. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir ist der Schre Aber heute würde ich auch noch mal streamen. Ja, ist ja noch geknackt. Ich würde noch ein bisschen weitermachen. Jetzt muss mein Lucario auf. Hier ist eine Sirene-Seuchenbringer. Mit Gift-Skills. Oder Feuer-Fliegen-Mod. Okay. Guck mir das zu fordern. Mh, machen wir jetzt zuerst Klingblumen, würde ich sagen, ne? Mhm. Achja, du musst ja was wählen. Ich hab nicht genug Geld. Nicht mal ansatzweise. Weil dann machen wir zuerst Datenschreiber. Weil der eine Datenschreiber ist ja da oben. Okay. Du musst mit deinem Elektro noch Epilepsie-Warnung aussprechen. Was? Fallen, wenn ich dir so schnell rumrasse, alter. Das ist doch die fertig, Flab! Haha! das hat zu unserem spawn gerannt und für die die neu dazu gekommen sind mich darf man nicht nach wegen fragen das stimmt als jemand neu dazu gekommen ist da kommt ja gar keine mehr aber hinter dir sind noch welche meine improvisierte sniper gut dann komm ich da halt nicht hoch manchmal kurz rüber rennen und hallo sagen dann grüßt zu einem blatt ring ich hab so laut bin gerade gerufen wird runter gesprungen jack wir springen ja alle in die flammen fliege jetzt sind die gegner aus wieder komplett voll irgendwas gutes team siegenauigkeit und team schaden bei kritischen treffern dann klingen blumen hat den ersten datenschreiber war hier den hast ja ja aber ich hätte noch bis zum was hast du hier alles mitgenommen moment ich bin gerade im inventar ich hatte 85 prozent sniper rifle schaden bei krit und ausrufs gilt meine jetzige ist team zielgenauigkeit und team schaden bei kritischen ok ok von ihm aus es gibt fall damit kein annehmen kein gemerkt ob du hast die schon gekillt das ist nicht meine granate also hast du es es wechselt die ganze zeit meine mein schild anstand meine granate das ist ja auch smart warte machte ich lieber aus ist auf heißt das nicht dass ich es machen ich glaube jetzt war mal wie konnte man nochmal achten ja ich habe gerade meinen mein mein artefakt gewechselt was habe ich eigentlich level 2 brandgeschwader explosiv habe ich im moment drin ich glaube ich bleibe erstmal bei explosiv ich habe gerade drüber nachgedacht wir hatten hier gegner naja jetzt mache ich euer elektro und säure schaden wir reden hier aber bei meinen von meiner hand habe ich in dem moment ja ja ich meine nur deswegen habe ich das halt verdammt deswegen habe ich kein säure reingemacht mit den heimtückischen ich musste es ich habe mich zuerst auch super nachgedacht jetzt meine legendärer mother fucker ein typischer wer das weg dauern wer das geht nach dieser unterschied heimlich ein schuss revolver ich verkaufen und ein schuss revolver ist glaube ich für uns beide nicht so dass ja ja ne guck mal wieso habe ich jetzt schon wieder voll ab keine ahnung was macht deine dinge plus 18 prozent team verringerung der abklingzeit plus 1 team finde seltene gegenstände ja das haben wir gerade gemerkt das ist es nicht ist das vielleicht mal weil ich die waffe ausgerüstet habe 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 keine ahnung das flavor tanks aber so schnell habe ich noch nie habe ich regeneriert hast du bei deinem bloodwings skill von wegen der war in dem moment die obwohl vielleicht ist es ein bisschen verzögert dadurch vielleicht ist es bei der dingskanate das ist er sonst nicht zu fliegt ne ne ähm ich meine eher verzögert im sinne von ich hätte vorhin einmal kurz die kollekt beim verkaufen ja der macht ja über 1000 schaden und deswegen deswegen ist dann hier keine Ahnung würde ich mir das sinne geben kommt damit aber auch kein Problem ich bin auch nicht oder oder ist feuer sterben schon kacke da verbrennt man so krass aber das ist mein Problem da sowieso nicht da ist die nächste und der nächste war normale was blättern so schön das war nicht das was machen wollte und eigentlich eine granate werfen aber die bäder stecken sich auch schon nicht mehr alle dieser flavor text peng peng weil ich gerade denken muss dass sie haben die geschichte von die ich erzählt hatte wo man die mein vater mir erzählt hat mit den ja ping 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 na gut es ging ping 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 aber darum geht es nicht und auch dreimal er kommt schon nachladen ich fucke die einfach ab ja hier ist noch ein bad ass aber ich fucke sie gleich mit dir ab jetzt Bis ich wieder voll bin. Manchmal. Ist das nur wenn er tötet? Keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Hier ist eine Medi-Kit. Bei mir hinter mir. Wenn Bloodwing einen Feind angreift, wird dir Gesundheit auf Basis der zugefüllten Schadensmängig gewährt. Und Gesundheit umgewandeter Schaden 35 Prozent. Okay. Bleib nur noch ein Samen. Warte mal. Ich guck mal. Ob ich sowas ähnliches hab? Oh ja. Also gleich nochmal Geld zahlen für Schutzsetzungen. Nö das nicht. Aber ich weiß, wo es als nächstes drauf geht. Hast du das Schild angeguckt? Äh. Nein. Was ist das so attraktive Schatten? Ich hab nur noch ein liebere Geldwerke genannt. Nö das aber welche. Ich hab noch Code gemacht. Oh nein. Sehr gut entstanden. Bist du mit heut für eine Heimung? beigelaufen das alles danach kommt es gar der uns von der klippe schmeißt aber krass wie viel wir wie viele sachen wir finden war du hast halt auch dass du ja aber halt nur plus 1 ja hier in der seite facken die an das alter aus dem müllhaufen in der granate ich habe irgendwie das gefühl eigentlich meinte ich hab das gefühl eigentlich sagen der hätte aber schon ein bisschen mehr aus naja da wird halt nicht so krass effiziert von meinem schock schaden der sagt schock ich bin schock junge ihr wollt mir schocken ich hab das schocken erfunden naja und wir haben munition so bevor wir das gar gehen bin ich ein mieses arschloch und hat wie immer wenn es euch gefallen hat geht mit einem hoch hinterlass konstruktive kritik und hat raus bis nix